Wenn beim Bankhocker Pingpong-Pokal die Bankhocker auf ihrer Bank hocken und bange gucken, wie die Pekinger Pingpong-Profis die Bankhocker von der Platte pauken, dann kochen die Bankhocker. Wenn beim Bankhocker Pingpong-Pokal die Bankhocker auf ihrer Bank hocken und bange gucken, wie die Pekinger Pingpong-Profis die Bankhocker von der Platte pauken, dann kochen die Bankhocker.